Unzählige Menschen auf dieser Welt verfolgen das Ziel, einmal in ihrem Leben die magische Grenze von einer Million Euro oder Dollar zu überschreiten. Doch die wenigsten wissen, wie man dieses große Projekt angehen soll. Deswegen werden wir uns in diesem Video angucken, welche drei Faktoren darüber entscheiden, ob man dieses Ziel wirklich erreichen kann oder ob das Ganze für den Rest des Lebens einfach nur ein Wunschgedanke bleibt. Also wenn euch dieses Thema interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt insgesamt drei Faktoren, die darüber entscheiden, ob man eben dieses Ziel von dieser magischen Grenze einer Million Euro, ob man das in seinem Leben schafft oder eben nicht. Und an diesen Variablen, an denen kann man arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt gleich Stück für Stück diese drei Variablen uns angucken und gucken, wie man das alles optimieren kann, um die Erfolgswahrscheinlichkeit für sich in seinem Leben einfach zu erhöhen. Außerdem werden wir später auch noch einmal einen exklusiven Einblick geben in Inhalte, die wir bei uns im Mentoring vermitteln. Weil, das kann ich schon mal vorwegnehmen an dieser Stelle, um Millionär zu werden, da ist es fast schon notwendig, dass man Kapital investiert. Die wenigsten werden das einfach nur durch das Sparen an sich schaffen. Deswegen möchte ich euch hier heute auch noch Strategien mit an die Hand geben, mit denen es für jeden möglich ist, hohe zweistellige Renditen zu erzielen. Also auch das heute sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir starten aber rein und ich blende hier einmal die Formel für euch ein. Die kennt auch eigentlich jeder aus der Schule. Das ist einfach die klassische Zinseszinsformel, weil das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter dem Vermögensaufbau hier mal in eine mathematische Formel zusammengefasst. Wie ist das hier aufgebaut? Wir haben einmal das Startkapital. Ja, das ist bei dem einen, der eine startet bei Null, der andere hat vielleicht schon ein Erbe. Das ist halt wirklich ganz, ganz unterschiedlich und da kann man halt auch keinen Einfluss drauf nehmen. Wir gehen jetzt in diesem Beispiel einfach mal davon aus, dass man bei Null startet. So, dann muss man hier bei dieser Formel aber tatsächlich noch was ergänzen, weil wenn man bei Null startet und da nie was dazukommen würde, dann ist es ja gar nicht möglich, dass man überhaupt sein Geld vermehrt. Also in dieser Formel fehlt hier tatsächlich noch die Sparrate. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Nicht das Einkommen, sondern wirklich das, was dann wirklich von dem Einkommen auch wirklich überbleibt. Denn nur das Geld, was man investieren kann, hilft einem eben auch langfristig beim Vermögensaufbau. Die zweite Variable ist dann der Zinssatz. Das ist auch ganz, ganz groß, was da für Unterschiede zustande kommt, wenn man jetzt zum Beispiel zu 7% anlegt oder eben zu 10, 12, 13, 14% anlegt. Und da zeige ich euch später einige Beispiele, wie so etwas möglich ist, auch höhere Renditen zu erzielen, weil für viele ETF-Anleger, das ist ja so dieser klassische Weg, der mittlerweile gewählt wird für den Vermögensaufbau, dass man halt einfach nur bei entholt mäßig ein ETF kauft. Und da hat man so langfristig die Erwartung, dass man irgendwo so zwischen 6 bis 8% Rendite erwirtschaftet. Das ist auch schon super. Das ist schon mal ein richtig guter Schritt, den man dann geht, wenn man das so schon macht. Aber ich möchte euch gleich zeigen, wie man das Ganze halt einfach noch deutlich optimieren kann. Genau. Und dann der dritte Faktor, das ist halt einfach die Anzahl der Jahre, die wir unser Kapital investieren. Bedeutet, wenn man jetzt noch jung ist, dann ist es deutlich, deutlich leichter in seinem Leben dieses Ziel zu schaffen, dass man eine Million Euro erwirtschaftet. Wenn man jetzt nur noch ganz wenig Jahre hat, dann muss man nämlich an den anderen Stellschrauben drehen. Dann braucht man entweder schon ein enormes Startkapital oder man braucht eine sehr, sehr hohe Sparrate oder man braucht eine sehr, sehr hohe Rendite. Wenn man aber viele Jahre mitbringt für dieses Projekt, dann ist das gar nicht so wichtig. Dann kann man auch eine niedrige Sparquote haben. Dann reichen auch 7 bis 8% Rendite. Wenn man das Projekt halt einfach auf 30 bis 40 Jahre sieht, dann ist das halt auch mit deutlich weniger Aufwand möglich. Aber wir möchten uns jetzt ja heute an sich angucken, wie man das Ganze an sich optimieren kann, damit das so schnell wie möglich vorangeht, dieses Projekt. Wir gucken uns jetzt erst mal diesen Punkt Sparrate an, weil das ist ganz wichtig. Ich habe das Ganze jetzt hier mal mit dem Begriff Humankapital betitelt. Ich finde, dieser Begriff, der trifft das Ganze ganz gut. Was meine ich unter dem Punkt Humankapital? Humankapital bezieht sich auf die Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, die man als Person gemacht hat und die dann den Wert auf dem Arbeitsmarkt steigern. Bedeutet, es gibt verschiedene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen, die halt eben dafür sorgen, dass man halt auf dem Arbeitsmarkt hochwertiger ist beziehungsweise, dass man halt einfach mehr Geld verdienen kann oder dass man vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen gründen kann, weil man so viel Erfahrung in einem Bereich gesammelt hat, dass man dann halt als Unternehmer deutlich mehr Geld verdienen kann. Also das ist für mich die Definition von Humankapital. Wie viel Geld erwirtschafte ich mit meiner Arbeitskraft, mit meinen Händen, mit meinem Verstand, ja, im Verlauf meiner Karriere. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Variable. Denn die Sparrate ist halt, haben wir eben in der Formel gesehen, ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt für das Thema Vermögensaufbau. Es macht einen großen Unterschied, ob ich nur 100 Euro im Monat sparen kann, ob ich 1.000 Euro, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 oder sogar mehr sparen kann. Das beschleunigt, na klar, den Vermögensaufbau, ja, sehr, sehr stark. Deswegen gehen wir jetzt hier mal rein. Was gibt es denn für Fähigkeiten zum Beispiel, die dafür sorgen, dass man ein höheres Humankapital hat, dass man halt eben auf dem Arbeitsmarkt mehr wert ist? Das ist zum Beispiel die Kommunikationsfähigkeit. Da gehört zum Beispiel dazu, wie kann man sich ausdrücken? Gestik, Mimik gehört dazu. Kann man verhandeln zum Beispiel oder kann man auch verkaufen? Also Kommunikation ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich denke, das kennt jeder, der im Büro arbeitet, dass es da hin und wieder auch mal zu Konflikten gibt. Auch das kann man durch Kommunikation lösen. Und das sieht man auch, dass wirklich Leute, die da ein ausgeprägtes Talent für haben, dass sie zum Beispiel auf Bühnen stehen können und dass sie da Vorträge halten können, dass die oft auch wirklich viel Geld mit dieser Fähigkeit verdienen. Also das ist definitiv etwas, wo jeder dran arbeiten sollte, wenn man sein Humankapital erhöhen möchte. Ein Punkt, den habe ich damit auch schon so ein bisschen angesprochen, ist auch das Thema Verhandeln. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man jetzt in seinem Beruf schon etwas länger drinne ist und man möchte da den nächsten Schritt schaffen, dann muss man halt zwangsläufig mal in eine Gehaltsverhandlung gehen. Das ist für viele so etwas sehr Unangenehmes, wo man sich vordrückt. Und deswegen ist es auch hier wichtig, dass man sich damit mal beschäftigt, wie verhandelt man richtig und wie steht man für das ein, was man wirklich dann auch selbst verdienen möchte. Weil das ist ja auch ganz wichtig, dass man halt auch die Wertschätzung bekommt von seinem Arbeitgeber und dass eben auch das, was man leistet, auch entsprechend entlohnt wird. Und da ist halt eben dieser Aspekt Verhandlungskompetenz ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Führungsfähigkeiten sind auch sicherlich wichtig. Da gibt es auch viele Umfragen in der Gesellschaft, wurde das dann halt erkannt, dass gerade die Leute, die in Führungspositionen sind, halt immer am meisten verdienen in den Unternehmen. Und das ist ja auch ganz logisch, weil das ist ganz, ganz wichtig für die Unternehmen. Man braucht eben diese Personen, die das Zepter in die Hand nehmen und halt eben dafür sorgen, dass das Team gut zusammenarbeitet und dass, wenn mal jemand kurz einen Durchhänger hat, dass man den wieder auf die Spur bringt. Also das ist halt eben ein sehr, sehr wertvoller Skill. Und deswegen ist es auch ganz logisch, dass CEOs von Unternehmen oder auch so angestellte Führungskräfte deutlich mehr verdienen als halt eben Angestellte, die nicht in solchen Führungspositionen sind. Also ihr seht schon diese Fähigkeiten. Da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Aber es gibt ja auch noch zum Beispiel Kenntnisse, die auch das Humarkapital erhöhen können. Das können zum Beispiel, ja, branchenspezifische Fachkenntnisse sein. So wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich beziehe das jetzt mal auf mein Leben, ich habe mich darauf spezialisiert, Experte für den Bereich der Finanzen zu werden, noch mehr eigentlich für den Bereich von Aktien. So habe ich dann zum Beispiel hier bei Mario für ein Jahr ein Praktikum gemacht. Mario ist ja schon sehr, sehr lange an der Börse und handelt schon seit mehreren Jahrzehnten. Und so habe ich in diesem Jahr halt sehr, sehr viel über den Bereich des Tradings und des Investierens gelernt. Das Ganze habe ich dann noch vertieft, zum Beispiel durch eine Ausbildung. Auch das steigert das Humankapital zum Bankkaufmann. Und dann habe ich zu guter Letzt noch eine Fortbildung gemacht zum Wertpapieranalysten, um mich noch mal wirklich zu spezifizieren für diesen Bereich des Investments. Das ist jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben. Und da werde ich noch weitergehen. Also es sind noch viele Fortbildungen geplant. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das immer weiter angeht, dass man in sein Wissen in sich selbst investiert. Da komme ich auch später noch mal drauf, um halt eben auch zum Beispiel sein Fachwissen zu verbessern. Aber das kann ja auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich sein, dass man zum Beispiel besser kommunizieren kann, dass man besser verhandeln kann. Auch in diesen Bereichen gibt es ja Fortbildungen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur an seinen Fähigkeiten, sondern auch an seinen Fachkenntnissen arbeitet. Das kann zum Beispiel auch Sprachkompetenz sein, dass man auch mal Auslandserfahrungen sammelt in seinem Beruf. All solche Sachen sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt und erhöhen halt eben einfach das Humankapital, weil man, wenn man diese Sachen hat, diese Alleinstellungsmerkmale, halt langfristig einfach deutlich mehr Geld oder mehr Gehalt verdienen kann. Oder man hat es viel leichter, ein eigenes Unternehmen zum Beispiel zu gründen, wenn das das Ziel ist. Auch Erfahrungen sind wichtig. Also alleine dadurch, dass man viele Jahre in einem Beruf tätig ist, da sammelt man sehr viel Erfahrung. Und deswegen ist es ja auch so, dass Berufseinsteiger weniger verdienen als Angestellte, die schon lange in ihrem Beruf tätig sind. Also das ist halt etwas, das kommt mit der Zeit, diese Erfahrung. Aber man kann das dann klar beschleunigen, indem man viele verschiedene Berufe sich zum Beispiel anguckt und dass man zum Beispiel auch mal ins Ausland geht, wenn man die Möglichkeit hat, dort Auslandserfahrungen sammelt oder dass man viele verschiedene Praktikas macht. All solche Sachen, da gehört sicherlich auch so etwas zu wie Projektmanagement, dass man Verantwortung im Unternehmen übernimmt. Also das entscheidet na klar auch sehr viel über den Erfahrungsschatz. Also wenn man sich immer anbietet im Unternehmen und erst mal Ja zu neuen Projekten sagt und die erst mal dann auch mit vorantreibt, dann kann man ja überhaupt erst diese Erfahrung sammeln. Wenn man eher immer das Ganze ein bisschen lockerer angeht und nur das Nötigste tut, ja dann sammelt man auch weniger Erfahrungen. Also auch das, wenn man später mal mehr verdienen möchte, damit man auch viel sparen kann, dann sollte man halt auch immer mal, wenn es neue Projekte gibt im Beruf, da auch eher Ja sagen, als da direkt auf die Bremse zu treten. So, was sind jetzt aktive Schritte, wenn man sich jetzt dazu entscheiden möchte, okay, das macht alles Sinn, das ist logisch, weil wenn ich viel sparen kann, also bedeutet, wenn ich viel verdiene, dann kann ich eben viel sparen. Dafür muss ich aber mein Humankapital erhöhen. Also was wären da jetzt, ich habe hier mal sieben Schritte notiert. Also der erste Schritt ist na klar, dass man halt eine Art Ausbildung macht. Das kann zum Beispiel sein, dass man wirklich eine Berufsausbildung macht, dass man ein Studium macht. Das sind ja so diese klassischen Wege, die die meisten bei uns in der Gesellschaft einschlagen. Und das sind schon mal auch super wichtige Wege. Das ist so eine gewisse Grundausbildung schon mal und eine Grundvorbereitung für das Leben. Dann, na klar, Berufserfahrung bedeutet, dass man verschiedene Praktikas macht, dass man auch mal einen Nebenjob noch macht, damit man einfach viel kennenlernt. Dann, ganz wichtig, Selbststudium. Mittlerweile im Zeitalter des Internets und künstlicher Intelligenz gibt es ja ganz, ganz viel Wissen, was einfach kostenlos verfügbar ist. Wie jetzt hier zum Beispiel auch dieses YouTube-Video. Und das kann man auf jeden Fall wirklich nutzen. Oder es gibt ja auch super Bücher, die es zum Beispiel auch auf den Bereich der Finanzen abzielen oder auch auf Kommunikation zum Beispiel. Das heißt, auch Bücher sind eine super, super günstige Fortbildungsmöglichkeit. Weil was kostet so ein Buch? Irgendwie 15 bis 20 Euro. Aber da findet man schon wirklich sehr, sehr viel Wissen und Praxistipps für sein Leben wieder. Wenn man das Ganze aber ein bisschen vertiefen möchte und dass das auch schneller geht, dann ist es sinnvoll, sich einen Mentor zu suchen. Ich habe das eben schon angesprochen. Ich zum Beispiel, ich habe mir ja mit Mario meinen Mentor gesucht. Und man muss das Ganze ja nicht immer zum Beispiel auch entgeltlich machen, sondern man kann sich ja zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht jünger ist, bietet sich das noch eher an. So habe ich das damals für mich gemacht, nach dem Abitur für ein Jahr ein Praktikum hier zu machen und meine Arbeitskraft quasi kostenlos für ein Jahr zur Verfügung zu stellen. Bedeutet, ich musste das Ganze dann quasi nicht bezahlen, dass ich einen Mentor hatte. Ich habe quasi mit meiner Arbeitskraft bezahlt. Wenn man jetzt schon im Beruf ist, dann ist das sicherlich schwierig, da jetzt nochmal rauszugehen und diesen Schritt zu gehen. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele Mentoren, die das halt entgeltlich anbieten, so wie wir das ja zum Beispiel bei uns auch machen. Also Mario hat über sein Leben halt sehr, sehr viele Erfahrungen im Bereich des Tradings gesammelt. Er hat über 65.000 Trades gemacht in seinem Leben. Er investiert schon über zwei Jahrzehnte und dann haben wir da zum Beispiel jetzt so eine Online-Plattform erstellt und wir haben wöchentlich mehrere Webinare, wo wir alle Fragen von unseren Teilnehmern erklären können. Das heißt, durch so ein Mentoring kann man halt eben seine Lernkurve enorm beschleunigen. Also das hier nur nochmal als Tipp. Auch so etwas kann da klar Sinn machen, dass man wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und in sich selbst, in sein eigenes Humankapital investiert, damit man halt einfach sein Gehalt erhöht. Das kann jetzt zum Beispiel auch eine Fähigkeit sein wie Trading. Das, was wir hier bei uns vermitteln, dass man halt quasi gar nicht in seinem Hauptberuf das Ziel verfolgt, sich da einmal weiter zu verbessern, sondern dass man auch nebenberuflich zum Beispiel über die Börse Geld durch Trading verdient. Also auch das ist ja eine Möglichkeit, wie man sein Gehalt einfach erhöhen kann. Genau. Was auch ein wichtiger Punkt ist, Punkt Nummer 5, Networking. Beziehungen zu pflegen und auch verschiedene Events und Messen zu besuchen oder auch solche Portale wie LinkedIn bieten sich da an. Einfach damit man sich mit anderen Angestellten, die auch ambitioniert sind oder auch anderen Führungskräften connectet. Und da sind auch schon bei vielen aus meinem Bekanntenkreis zum Beispiel super spannende Sachen entstanden, Projekte, an denen dann zusammengearbeitet wird auf einmal oder sogar Jobangebote. Also das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man über dieses Networking oft erst mal solch die Möglichkeit hat, in verschiedene Bereiche reinzukommen. Also ganz, ganz wichtig. Dann ein weiterer Punkt, auf jeden Fall immer Feedback einfordern von Personen, die über einem stehen, die halt einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben und dann das auch zu reflektieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man selbst reflektiert ist und auch wirklich dieses Feedback einzufordern, damit man halt eben wachsen kann und damit man auch weiß, was sind jetzt gerade so bei mir die Problemstellen, wo muss ich gerade dran arbeiten, damit ich den nächsten Schritt hinbekomme für die nächste Position. Genau, und das ist quasi auch schon dieser siebte Punkt hier. Persönliche Weiterentwicklung bedeutet, dass man an seinen Soft Skills arbeitet, wie zum Beispiel Kommunikation, wie präsentiere ich mich vor Menschen, wie kann ich Konflikte auflösen und so weiter und so fort. Und das Ganze habe ich jetzt hier nochmal in einem Schaubild dargestellt. Wir haben hier einmal so eine rote Linie, das sind nämlich so Fixkosten, Lebenshaltungskosten, die jeder von uns hat, so was wie eine Wohnung, wie Lebensmittel zum Beispiel oder von mir aus auch nochmal so was wie ein Urlaub, den man einplant. Also es gibt ja so verschiedene Kosten, die stehen halt einfach an, die hat jeder von uns. Was jetzt dann aber über die Sparrate entscheidet, ist, wie hoch ist mein Humankapital? Wie viel bin ich auf dem Arbeitsmarkt in der freien Wirtschaft wert? Bedeutet, wenn ich 10.000 Euro netto im Monat verdiene, kann ich halt einfach viel, viel leichter mehr Geld anlegen, als wenn ich nur 2.000 Euro netto verdiene. Das hier nochmal in diesem Schaubild dargestellt. Also das ist für mich auch schon mit die wichtigste Stellschraube, weil man damit halt eben, wenn man ein hohes Gehalt hat, seinen Vermögensaufbau am schnellsten beschleunigen kann. Der zweitgrößte Faktor ist dann halt aber eben auch das Thema Geldanlage. Weil es ist ja schön und gut, wenn man eine Sparrate hat, wenn man das Ganze nicht verzinslich anlegt, dann geht das trotzdem sehr langsam. Also wenn man jetzt zum Beispiel schafft, 1.000 Euro im Monat zu sparen, dann sind das 12.000 Euro im Jahr. Das ist schon eine betrachtliche Summe. Aber wenn man das jetzt 10 Jahre macht, dann kommt man immerhin erst nur bei 120.000 Euro an. Und da geht ja noch die Inflation runter. Also auch damit sieht man, damit kommt man auch nicht ans Ziel. Man muss das Kapital auf jeden Fall anlegen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, viele nutzen da ETFs, um das zu machen. Und das ist schon wirklich ein super Schritt, weil ob man jetzt 0% Rendite macht oder 6 oder 8, das macht schon einen riesigen Unterschied. Also diese 6 bis 8%, die man langfristig von ETFs erwarten kann, das hilft schon enorm beim Vermögensaufbau. Ich möchte euch jetzt aber an dieser Stelle einmal zeigen, wie wir das bei uns hier im Mentoring vermitteln. Und dafür habe ich euch hier mal unsere Vermögenspyramide mitgebracht, so wie wir das hier bei uns aufgebaut haben. Wir entscheiden unter verschiedene Strategieansätze. Wir haben ganz oben einmal den Punkt Trading, dann haben wir systematische Handelsansätze und unten haben wir das Fundament. Ja, und diese drei Punkte, die gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Wir fangen jetzt hier bei dem Trading an. Ihr seht es schon, damit sind nämlich wirklich hohe zweistellige Renditen möglich. Wir sagen da immer, das Mindestziel sollte sein im Trading tatsächlich, wenn man das Ganze halt nebenberuflich angeht, das Ganze, dass man halt ungefähr 1% pro Woche sich als Ziel setzt. Wir ziehen da immer schon ein bisschen was ab. Also wir gehen schon immer runter und sagen 40% aufwärts, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein im Trading. Und wenn man das Ganze hauptberuflich macht, dann ist da noch deutlich mehr möglich. Aber wir gucken uns das jetzt einmal an, was für Tradingansätze nutzen wir denn jetzt zum Beispiel bei uns und welche Ansätze vermitteln wir bei uns im Mentoring. Dazu gehe ich hier einmal in eine Studie rein. Dann das Ganze, was wir machen und vermitteln, ist faktenbasiert. Also es gab dann eine tolle Studie von der Universität in Rotterdam. Das heißt, das war die Global Factor Studie, können wir euch unten auch nochmal verlinken. Und diese Studie hat sich nämlich verschiedene Märkte angeguckt. Das war der Aktienmarkt, das war der Rohstoffmarkt und auch zum Beispiel der Forexmarkt und auch Anleihen wurden getestet. Also es wurden vier Märkte getestet und dann wurde geguckt, welche Ansätze haben über die letzten 217 Jahre, also wirklich ein großer Zeitraum, am besten funktioniert. Und was kam dabei raus? Das war zum einen der Trendhandel. Das sieht man hier. Wir haben auch ein ganz, ganz langes Video und ausführlich zu dieser Studie aufgenommen. Deswegen, ich gehe jetzt hier nicht in die Tiefe, was die Studie angeht. Wir verlinken euch das Video an dieser Stelle. Wenn euch das interessiert, guckt euch gerne nochmal das andere Video dazu an. Aber wir sehen hier, der Trendhandel hat am besten abgeschnitten über die letzten 217 Jahre und der Bereich Saisonalitäten hat auch super gut funktioniert, ist auf Platz 2 in dieser Studie gelandet. und das gucken wir uns gleich auch nochmal anhand von Praxisbeispielen an. Hier nochmal in einem anderen Schaubild dargestellt. Ihr seht es hier, seit dem Jahr 1800 sieht man hier die blaue Linie, das ist der Trendhandel und die grüne Linie, das sind die Saisonalitäten. Da sieht man, wie stark diese Strategien den Gesamtmarkt outperformt haben. Und deswegen haben wir uns auch diese zwei Top-Strategien angeguckt und haben dann geguckt, wie kann man das sogar noch optimieren. Weil in der Studie, da werden ja immer sehr, sehr simple Ansätze getestet und wir haben dann da weiter noch drauf aufgebaut. Bedeutet, im Trading ist es so, dass wir zum Beispiel zweimal die Woche uns die Aktienmärkte angucken und gucken, welche Aktien bieten gerade die besten Chancen. Zum Beispiel einmal auf der Long-Seite, wenn jetzt gerade der Gesamtmarkt steigt, dann gucken wir, welche Aktien sind gerade am stärksten. Oder wenn der Gesamtmarkt gerade sehr schwach ist und wir in einem Crash sind, dann gucken wir, welche Aktien sind besonders schwach und diese möchten wir dann shorten. Und wir gucken uns immer 640 potenzielle Aktien an und davon kann ich so aus Erfahrung sagen, landen immer so zwei bis drei Aktien dann pro Screening-Prozess auf der Watchliste. Und in diesen Aktien gucken wir dann, dass wir durch Trading-Setups halt eben uns einskalieren können, damit wir halt davon profitieren, wenn sich der Trend weiter fortsetzt. An dieser Stelle hier einmal ein exklusiver Einblick auf unsere aktuelle Watchliste. Ich habe jetzt hier zwei Aktien für euch mitgebracht. Die gucken wir uns jetzt gleich im Chart an. Genau, also wird jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal sehr spannend. Ich nehme euch jetzt mit auf den Bildschirm. So, ihr seht jetzt meinen Monitor. Wir sind hier bei TradingView und ich habe die erste Aktie aufgerufen und zwar die Netflix-Aktie. Die Aktie haben wir schon am 6.11.2023 auf die Watchliste aufgenommen und ihr seht, wie toll sich die Aktie seitdem entwickelt hat. Wir hatten also der 6.11., das war hier. Ich bin gerade mit dem Cursor drauf und wir hatten zum Beispiel hier die Möglichkeit, über den Hochpunkt in die Aktie einzusteigen am 18. Dezember. Und jetzt gucken wir mal, was seitdem mit dieser Aktie passiert ist. Dafür nehme ich hier mal das Lineal zum Abmessen und wir sehen, zum heutigen Tag sind wir seitdem mit dieser Position zum Beispiel schon 20,54% im Plus. Das gleiche gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal für das zweite Beispiel an, für die Crowdstrike-Aktie. Die Crowdstrike Holdings AG, die Aktie, die haben wir am 20.11. auf unsere Watchliste mit aufgenommen und hier hatten wir dann die Möglichkeit, über den Hochpunkt vom 18.12. zum Beispiel hier am 8. Januar eine Longposition zu eröffnen und jetzt gucken wir mal, was seitdem passiert ist. Die Aktie ist Stand heute 26% im Plus in dieser kurzen Zeit und da seht ihr schon, also im Trading, da gibt es wirklich super, super viele spannende Aktien immer, die man nutzen kann, um halt eben wirklich hohe zweistellige Renditen möglich zu machen in seinem Portfolio. Also das ist halt dieser große Vorteil gegenüber einem, ja bei Entholt System zum Beispiel, wo man langfristig 6 bis 8% hat. Das ist sehr träge und sehr langsam. Im Trading, da suchen wir uns immer gerade die Aktien aus, die halt gerade besonders stark sind und dann springen wir da noch mit auf den Trend auf und werden dann aber auch irgendwann systematisch ausgestoppt. Wenn euch das interessiert, wir haben da auch viele Videos auf dem YouTube-Kanal zu, wir haben auch zum Beispiel so ein kostenloses Infowebinar, das nennt sich Rendite Unlimited, verlinken wir euch auch in der Infobox. Wenn euch das Thema Trading interessiert und wie wir das Ganze umsetzen, dann nehmt da gerne mal kostenlos dran teil. So, jetzt gehen wir aber auch weiter in den Bereich systematische Handelsansätze, weil das ist ja der zweite Part bei uns in der Vermögenspyramide und den möchten wir uns jetzt angucken. Was ist damit möglich? Mit diesen, bei uns sind es saisonale Handelsansätze, ist es möglich, Renditen von 15% aufwärts zu erzielen. Dafür möchte ich euch jetzt hier mal zum Beispiel ein simples Beispiel zeigen. Das ist der sogenannte Sell-in-Mail-Effekt. Was bedeutet das? Es gibt am Aktienmarkt verschiedene Muster, die sich immer wieder wiederholen. Ich habe das jetzt hier mal für euch an diesem Beispiel verdeutlicht. Das ist jetzt ein Beispiel auf den S&P 500 Index und ich habe hier mal geguckt, was ist immer passiert, wenn man gestartet hat mit 10.000 Euro und wenn man dann einmal über die Sommermonate investiert ist, das ist die blaue Kurve, die für euch eingeblendet ist und da sieht man, dass dann halt aus den 10.000 Euro, dass das Gesamtvermögen sogar geschrumpft wäre über dieses Zeitfenster der Sommermonate. Wenn man dann hingegen aber im Oktober einsteigt und das Ganze bis zum Mai hält, also das ist halt eben auch dieser Sell-in-Mail-Effekt, dann sehen wir, dass die zweite Jahreshälfte halt eben deutlich, deutlich attraktiver ist und dass da unser Vermögen von 10.000 Euro auf über 50.000 Euro in den letzten 25 Jahren angewachsen ist und das ist jetzt hier nur ein saisonales Beispiel und bei uns im Mentoring, da gibt es jetzt zum Beispiel ganz, ganz verschiedene dieser saisonalen Muster, die man dann eben miteinander kombinieren kann, um halt eben hohe zweistellige Renditen zu erzielen und das Attraktive daran ist auch noch, dass wir immer nur in den passenden, spannenden Zeitintervallen, in den passenden Märkten, das kann zum Beispiel der Rohstoffmarkt sein, das kann der Edelmetallmarkt sein oder auch der Aktienmarkt, also wir sind immer nur dann in den richtigen Märkten investiert, wenn es historisch und statistisch gesehen Sinn macht. Warum funktioniert jetzt so eine Strategie? Das hängt zum einen tatsächlich einmal mit dem Urlaub und mit den Ferienzeiten der institutionellen Anleger zusammen, bedeutet, dass auch die institutionellen Anleger na klar, irgendwann in Urlaub gehen und dann ziehen sie immer ein bisschen Kapital von den Aktienmärkten ab, deswegen sehen wir oft, dass die Volumen an der Börse über die Sommermonate deutlich niedriger sind und dass deswegen auch die Kurse am Aktienmarkt dazu neigen, dann halt eben zu fallen oder sehr volatil zu sein. Außerdem sind es na klar auch sicherlich diese Unternehmenszyklen. Wer aus der Wirtschaft kommt, der weiß, dass meistens das vierte Quartal das stärkste ist und das bedeutet ja wiederum auch, dass dann die Quartalzahlen besonders stark sind im Q4 und das hat na klar auch einen Einfluss auf die Aktienkursbewertung. Wenn wir eine starke Quartalzahlen haben, dann sehen wir das oft, dass Aktien nochmal mit einem positiven Gap reagieren. Also Quartalzahlen haben auch immer einen direkten Einfluss auf den Aktienkurs und das vierte Quartal ist halt eben meistens das stärkste Quartal. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Windowdressing. Der sorgt primär dafür, dieser Windowdressing-Effekt, dass das letzte Quartal, also Q4, immer richtig, richtig stark ist. Was bedeutet Windowdressing jetzt? Viele Fondmanager haben eine Benchmark. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fondmanager auf den S&P 500, dann wäre es mein Ziel, diesen S&P 500 Index zu schlagen. Jetzt muss man wissen, die Fondmanager sind da tatsächlich gar nicht so gut drin, denn da gab es auch Studien, die haben gezeigt, dass es 90 Prozent der Fondmanager auf mehrere Jahrzehnte hinweg betrachtet eben nicht schaffen, diese gesetzte Benchmark zu schlagen. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Fondmanager oft Richtung Start von Q4 noch hinter der Benchmark liegen. Die werden jetzt aber erfolgsabhängig vergütet. Das heißt, die Prämienzahlungen sind davon abhängig. Bedeutet, die Fondmanager möchten im vierten Quartal noch mal möglichst viel Rendite rausholen, um halt die Benchmark zu schlagen, damit sie dann halt auch diese Prämienvergütung bekommen. Wie schafft man das? Indem man die Aktienquote enorm noch mal erhöht und noch mal richtig auf die Benchmark mit aufspringt. Bedeutet, dass halt eben im vierten Quartal von den institutionellen Investoren eben noch mal sehr viel Geld in den Markt geschmissen wird, damit man halt noch mal wirklich von diesem, die wissen das auch, dass es diese saisonale Muster gibt, dass man noch mal vom letzten Quartal richtig profitiert, um halt eben noch ein bisschen aufzuholen, damit man halt eben nämlich doch noch nah an die Benchmark rankommt. So, also jetzt habe ich euch einmal zwei Beispielaktien gezeigt im Bereich des Tradings, dann für den Bereich der systematischen Handelsansätze, so wie wir das Ganze für uns nutzen und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man da klar auch noch ein Fundament hat und für ein Fundament, da eignet sich zum Beispiel so ein klassischer ETF wie der MSCI World, das ist ja so ein ganz, ganz beliebter ETF, aber das ist meiner Meinung nach nicht ganz optimal, weil wie sollte ein ordentliches Fundament eigentlich aussehen? Man möchte eine attraktive Rendite haben, irgendwo so zwischen 6 bis 10%, aber das Ganze bei eben wenig Schwankungen. Dafür habe ich euch jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe jetzt hier mal den S&P 500 ETF zum Beispiel, den Größen, den es da gibt, ausgewertet seit Auflage. Er wurde 1994 aufgelegt und bis 2024 ist er im Schnitt 10,06% pro Jahr gestiegen. Was jetzt aber spannend ist, ich habe das hier für euch markiert. Wir hatten in der Zwischenzeit aber in diesem Zeitfenster ein Drawdown zwischendurch von 50%. Was bedeutet das? Wenn man mit 100.000 Euro investiert war am Hochpunkt, dann hatten wir ein Drawdown von 50%, bedeutet, wir wären auf 50.000 Euro Vermögen zurückgefallen. Und das ist na klar schon ein massiver Drawdown. Ich habe hier auch nochmal die Drawdown-Kurve jetzt an dieser Stelle für euch eingeblendet. Da sehen wir zum Beispiel zur Dotcom-Blase Richtung 2002, 2003 herum hatten wir einen Drawdown so ungefähr 45%. Dann 2008, 2010 hatten wir einen Drawdown von 50% während der Weltwirtschaftskrise. Und dann sehen wir, dass wir hin und wieder auch nochmal die 20%-Marke erreicht haben. Zum Beispiel jetzt auch beim Russland-Ukraine-Konflikt. Da hatten wir so einen Drawdown von 25% circa. Das heißt, ETFs sind nicht so optimal für ein Fundament, weil die Schwankungen viel, viel zu groß sind und das emotional halt einfach sehr schwer ist, das auszuhalten. Deswegen möchte ich euch jetzt hier auch nochmal ein System zeigen, was wir so bei uns im Mentoring vermitteln. Und da haben wir eine Analyse gemacht vom Jahr 1978 bis ins Jahr 2024. Und mit diesem System haben wir es geschafft, eine Rendite in diesem Zeitfenster zu machen von 10,19%, also sogar minimal höher, als hätten wir einfach den S&P 500 gekauft. Was jetzt aber spannend ist, wir konnten den maximalen Drawdown um die Hälfte fast reduzieren. Jetzt haben wir nur noch einen Drawdown von circa 26%. Das ist ungefähr die Hälfte von dem Drawdown, den wir so gehabt hätten, wären wir einfach stumpf in den S&P 500 gegangen. Jetzt hier auch nochmal die Drawdown-Kurve. Ihr seht, ja, auch hier haben wir Schwankungen, aber die sind viel, viel moderater. Also wir hatten zum Beispiel 2002, 2003 so einen Drawdown ungefähr von 20%. nur, da muss man wissen, das war die Dotcom-Bubble, der S&P 500 45% gefallen, der Nasdaq 100 sogar um 80%. Dann hier 2008, 2009, die Weltwirtschaftskrise, da hatten wir auch im S&P 500 den großen Crash mit 50% Drawdown, da sind wir eben hier deutlich moderater mit einem Drawdown von 26% dabei. Also ihr seht, es ist möglich, dass man auch Bayern-Tolt-Systeme nutzt, indem man verschiedene Asset-Klassen wie Anleihen und Edelmattale zum Beispiel miteinander kombiniert, dass man trotzdem sehr, sehr attraktive Renditen, hier in diesem Beispiel von 10% in den letzten 46 Jahren erzielt hätte, aber halt mit der Hälfte des Risikos. Und das Ganze, was ich jetzt hier heute erklärt habe, das ist jetzt ein sehr, sehr langes Video schon, hier nochmal in einem Schaubild zusammengefasst. Also ganz oben, ganz wichtig ist die Komponente Humankapital. Wir müssen halt erst mal viel Geld verdienen, damit wir auch viel Geld anlegen können. Wenn wir dieses Geld dann zur Verfügung haben, in Form einer Sparrate, dann muss man das halt entweder zum Beispiel einfach nur stumpf in ein ETF investieren oder man nutzt zum Beispiel so, wie es bei uns aufgebaut ist, so ein System wie die Vermögenspyramide, dass man einmal ins Trading-Kapital investiert, in systematische Handelsansätze und dann zu guter Letzt auch in sein Fundament eben immer Geld einzeilt, damit der Vermögensaufbau halt einfach noch deutlich schneller voranschreiten kann. So, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr langes, ausführliches Video. Ich hoffe, dass euch das Video einen Mehrwert gegeben hat, dass euch das gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare, was euch noch interessieren würde. Soll ich hier nochmal auf Einzelkomponenten aus diesem Video vielleicht nochmal gesondert eingehen? Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und lasst auf jeden Fall auch ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!